So, ich bin gerade bei meinem Kollegen in der Kellerwohnung und die Ehrenwerten, Ehrenmänner von Mifcom haben sie nicht lumpen lassen und haben meinem Kollegen auch einen Gefallen getan und haben ihnen einen brandneuen Laptop von Mifcom zur Verfügung gestellt. Denn Mifcom hat nicht nur hammermäßige PCs, sondern auch hammermäßige Laptops. Den packen wir jetzt aus. Lasst definitiv bei Mifcom Liebe da. Ehrenwerte, Ehrenaktion. So, wir richten hier gerade das Schmuckstück ein von Mifcom. Mifcom hat nicht nur hammermäßige PCs, sondern auch hammermäßige Laptops von 144 Hertz bis 240 Hertz. Alles am Start, damit ihr die neuesten Spiele auch für unterwegs oder auf dem Sofa zogen könnt. Super geil und ihr kriegt zwei Jahre Garantie auf so einem Gerät und einen lebenslangen Support bei Mifcom. Also lebenslangen technischen Support. Gruß und Kuss geht an das ganze Team von Mifcom raus. Spezieller Gruß aber auch an Dimitri, der mir das Ganze hier ermöglicht hat. Das ist nämlich der Chef von Mifcom. Ich bin einfach happy, Digga. Und mein Kollege ist auch happy. Wir richten das Ding jetzt ein. Gerne Liebe da lassen bei Mifcom. Könnt auch gerne nach oben swipen, dann kommt ihr direkt zum Shop von Mifcom. Die haben nicht nur hammermäßige PCs, sondern auch hammermäßige Laptops, Digga. Bamm. Abfahrt. So, wir haben ja gerade einen Speedtest gemacht, Digga. Über WLAN. Er hat einfach eine 20 mal bessere Leitung als ich gefühlt. Über WLAN, Digga. Zum Kotzen, Digga. Die Internetleitung steht nämlich auch. Bei der ehrenwerten Telekom. Mein Ansprechpartner Jamil hat wieder geklärt. Ihr wisst ja, ich bin, das ist keine Werbung, aber einfach so zufrieden mit Telekom, Digga. Ich habe jetzt hier für meinen Kollegen eine Internetleitung gebucht. Das haben wir schnell über meinen Namen gemacht, dann gibt es keine Kopfschmerzerei. Jetzt hat er hier auch WLAN. Und wir haben auch gerade schon probiert. Die Pornos laden flüssig, Digga. Wann hast du das letzte Mal, weißt du das, wann hast du das letzte Mal einfach mal so ein Porno geguckt? Außer sexy Sportlips. Ja, das ist ein paar Monate her. Ein paar Monate her? Ja. Und sexy Sportlips haben aber auch gereicht, sagst du das? Nein. So, jetzt werden wir auf die Playstation eingerichtet, Digga, auch entspannt. Muss nicht überlegen. Perfekt. Da. Jetzt richten wir auf die Playstation ein. Muss aber sagen, Digga, der Controller war nagelneu. Der hat aber eine Macke. Funktioniert nicht richtig, Digga, aber ist auch egal. Erstmal wird das Ding eingerichtet, denn ohne WLAN funktioniert sowas nicht. Ja, Mann. Und dann werde ich ihn hier bald in Tekken wegmachen, wie in alten Zeiten, Digga. Ja, ja, mit Checken, Digga, werde ich nicht. Joa, Digga, werde ich diesen hier. Oder mit Brian, werde ich hier eine richtig schöne Links-Rechs-Kombi gehen, Digga. Wie in alten Zeiten. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich werde mal gewinnen. Mh, köstlich. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Willst du auch einen Schluck Milch, Kylo? Dann komm her. Aber nur ein ganz bisschen.